LOL Leute, auf jeden Fall, wir haben jetzt gewonnen und somit können wir uns jetzt auf jeden Fall auch jetzt endlich den Goldmecha-Crowskin kaufen. Oh mein Gott Leute, auf jeden Fall, hier können wir sehen, 100 Star-Punkte auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch die 50.000 Star-Punkte und jetzt können wir uns auf jeden Fall den Goldmecha-Crowskin kaufen. Und ich würde sagen Leute, wir holen uns ihn jetzt in 3, 2, 1 und ich muss ein bisschen fühlen Leute, ich muss wirklich ein bisschen fühlen. Und go Leute, hier ist auf jeden Fall der Skin, nice auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall mein erster Goldmecha-Skin, Leute, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Feier ich auf jeden Fall Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch mal so einen Goldmecha-Skin habt oder sowas. Und ja, auf jeden Fall Leute, hier ist auf jeden Fall der Goldmecha-Crowskin, jetzt kann ich auf jeden Fall richtig ruf lesen, Leute.